Äh, Royster, krieg ich gleich nochmal ein 1 gegen 1? Ja, let's go, komm. Ich würd gern mal den Soldaten zeigen, wie man 101 gegen einen FKler gewinnt. Drei, zwei, eins, und Angriff! So what you gonna do? Komma, nehmen sich ne Waffe und stellen sich bei Rot hin. Alles klar. Oh, er lebt. Nurt, Chase auf deinem Befehl. Seid ihr bereit? Bei, eins, los! Nächstes Mal bitte ne Herausforderung. Exekutionskommando, präsentiert das Gewehr. Macht euch keinen Kopf, Jungs. Ich geb euch nicht die Schuld. Entsichert die Waffen. Legt an. Und feuern! Also hier passiert jetzt nichts mehr viel. Wir gehen jetzt zurück zum Stützpunkt. Wir haben heute einen Verräter getötet. Ich fühl mich ganz gut damit. Ich werde zu unserem Geräsch festgenommen. Hilfe! Da, helfen Sie mir bitte! Flash, sie hat eine Schande für das Ende. Was gibt es von meinem Lieblingscorporate? Lieblingscorporate! Sie lassen mich errollen? Ne, Spaß. Ähm... Folgendes? Hört ich schon mal den Haupttanger an. Koa, komm doch mit. Nein, er ist mein Second Command, er bleibt hier. Koa gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Ich geh' vielleicht später wieder. Padma Amidala, Kadett! Wir rücken jetzt erst mal Richtung Nordosten aus und gucken, dass wir dann ein bisschen auf den Berg hochkommen. Also, mir nach, los geht's, los geht's. Achten Sie darauf, dass keiner zurückbleibt. Also, wir sollen die Druidenbasis finden. Ihr habt's ja gerade auch im Funk gehört. Also, Bewegung, mir nach. Da will ich keine kleinen Trupps haben. Es sieht aber aus, als wären wir hier. Oh, meine Güte, ist das schön. Alter Vater, fallt mir da ja nicht runter. Feuer wieder! Lass sie weg! Dann wird er jetzt. Tadaa, mein... Oha, mein Zweiter ist das Zweite ist hier. Ja, wir haben sie gezogen. Ich glaube, sie haben sich die Trupps zusammengefunden. Wir bleiben hier und sichern nach unten wieder ab. Also, den Abgang sichern. Befehle? 501. Gehen Sie mit Ihren Leuten nach vorne und reinigen Sie den Bereich. Wir müssen die Taktos unbedingt zu landen. 10-4. Nach unten geht's. Wir sichern den Bereich nach unten weg. Wir wissen natürlich, wo es lang geht. Nach unten und dann zum Strand. Oh Gott! Gebiet sichern. Tötet die Viecher. Okay, gut, weiter vorwärts. Sichern Sie den Weg zur Landezone. Lass sie weg. Wir müssen vorrücken. Oh, zieht die Verwundeten nach hinten. Alle, die noch weiter atmen, gerückt vor und sichert den Weg zur Landeplattform. Oh, sieht das geil aus. Rian, herzlichen Glückwunsch, Private First Place. Voll. Okay, gut.